Welcome to Mr. Hilo Damen und Herren, herzlich willkommen zurück hier bei Stranded Deep, bei uns hier bei Mr. Hilo. Ja, ist ein Game, wir werden einfach reingeworfen, mitten in eine Insel im Pazifik, komplett allein gelassen und haben nichts, ja, nichts, was wir irgendwie so richtig wissen. Wir sehen links oben unseren derzeitigen Auftrag, wir müssen eine Krabbe jagen. Wir haben bisher noch nirgends eine Krabbe auch nur gesehen. Ja, stellt sich auf jeden Fall immer mehr Problemchen auf, wo Krabben finden, wo irgendwie Zeug, was wir benötigen. Ich weiß nicht, wieso wir eine Krabbe überhaupt finden müssen. Ich nehme aber stark an, natürlich, um uns zu verpflegen oder wir zum Beispiel mit der Krabbenschere vielleicht irgendwelche gewissen Objekte herstellen können, die man braucht. An sich, grafisch, so wie das Spiel gebaut ist, aufgebaut ist, gemacht ist, muss ich ja echt sagen, Hut ab, macht schon einen halben Spaß, ist schon sehr, sehr cool aufgebaut, sehr, sehr cool auch irgendwie gemacht. Ja, mitunter natürlich dann auch immer mal wieder ein paar kleine Problemchen verbunden. Also dadurch, dass wir wirklich nichts gesagt bekommen, ist das Spiel natürlich echt ordentlich, ja, irgendwie auch kompliziert. Auch hier jetzt zum Beispiel die Krabbe, wo in jedem anderen Spiel irgendwie, ja, so ein kleines Pfeilchen irgendwo stehen würde, nach dem Motto, hier musst du die Krabbe suchen, steht hier gar nichts. Also wir haben nur die Möglichkeit, Krabben einfach so einzusammeln, wir müssen suchen gehen. Und, ja, Hut ab, ist auf jeden Fall echt ordentlich gemacht. Was haben wir jetzt hier eigentlich in den Fass? Gut, kann man nicht kaputt machen. Also, ist auf jeden Fall, wie gerade eben schon angekündigt, echt ein ziemlich realistisches Spiel. Es wird versucht, ziemlich viel, äh... Ja, realitätsgetreu zu bleiben, ohne viel Ankündigung. Bin auf jeden Fall gespannt, wie weit wir hier noch kommen und, äh, wie lange auch irgendwie die Lust noch da bleibt. Muss man natürlich auch sagen, ist ein Spiel dadurch, dass es natürlich, wenn man das allein spielt, keine Story drin hat. Was ist das hier eigentlich? Okay, finde ich, sieht sehr komisch aus. Aber, okay. Ja, dadurch, dass eben, wie gesagt, keine Story hat, keine Möglichkeit hat, groß hier mit Story-Punkten zu, äh, ja... Voranzuschreiten, finde ich, habe ich auch immer so ein bisschen das Problem. Man muss halt auch immer gucken, ne? Also, inwiefern, äh, kommt man hier so vorwärts. Und wenn man dann irgendwann keinen Prozess mehr hat, quasi, dann ist es natürlich auch irgendwie ärgerlich. Also, wir müssen aber trotzdem erstmal noch ein paar Kleinigkeiten natürlich uns irgendwie, äh, zusammenschauen. Wir werden auf jeden Fall mal eine Fackel kurz herstellen. Äh, die platzieren wir jetzt einfach auch mal hier. Beziehungsweise nehmen wir die Fackel noch nicht auf. Wir müssen nämlich noch ein bisschen unser Inventar leeren. Wir haben eine primitive Axt, haben wir schon. Für einen Hammer brauchen wir noch einmal Tauwerk. Das machen wir noch. Ähm, wunderbar. Dafür werden wir jetzt im Inventar wieder ein bisschen was loswerden. Okay, wir können insgesamt vier Steine stacken. Äh, dann brauchten wir auch nicht so viele einsammeln. Beziehungsweise ist es nicht so schlecht, bleibt halt alles hier. Ähm, jetzt brauchen wir eine primitive Axt, haben wir eine primitive Hammer, wenn wir uns jetzt mal bauen. Handwerkskunst, Level Up. Wunderbar, jetzt haben wir hier Fackel und Hammer, ist auf jeden Fall am Start. Die werden wir auf jeden Fall auch, äh, aufnehmen. Und quasi in unserem Inventar direkt einspeichern. Irgendwo höre ich hier die ganze Zeit so, gefiechst. So, was haben wir hier noch? Eine Kokosnuss. Die müssen wir natürlich aufmachen. Da haben wir nichts großer Stein. Hm. Gehen wir nochmal weiter. Also, wir haben an Gegenständen hier haben wir schon echt ordentlich was gebaut. Wir können auch einen primitive Speer machen. Den werden wir auch nochmal schnell machen. Eine Angelrute. Einen Fischspeer kann man auch bauen. Ausgefeilte Axt. Okay, gut, das haben wir gemacht. Unterschlupf haben wir. Okay, Feuerstelle bauen wir nochmal. Wunderbar. Das macht das alles noch ein bisschen wohnlicher. Jetzt können wir noch einen Bratspieß bauen. Wasser Destillitionsanlage, primitiver Ofen. Ich würde aber fast sagen, bevor wir das alles machen, sollten wir vielleicht erst mal gucken, dass wir die einfachsten Sachen machen können. Dann Bratspieß haben wir hier. Drei Holz und ein so ein... Ein so ein Ding. Trotzdem mal weiter gucken, was wird es alles haben. Wir haben eins von vier hier. Dann machen wir den doch einfach auch mal wieder weg. Und nehmen den primitiven Hammer lieber mit. Ähm, gut. Also, heutige Aufgabe. Ich habe letzte Folge ja gesehen. Wir haben einen Container da stehen. Da brauchte man anscheinend einen Hammer, um das zu machen. Wir... haben jetzt einen Hammer. Wir gucken jetzt tatsächlich noch so nach ganz vielen Sachen. Wir brauchen eigentlich ein Containerregal. Wäre nicht schlecht. Ähm, wir... Wir bräuchten ein Holzregal. Das wäre auch nicht schlecht. Ein Holztisch ist sicher nicht schlecht. Aber wir haben halt hier so Sachen, wo wir halt im Endeffekt Sachen lagern können. Ich weiß nicht, ob wir Kisten im Endeffekt bauen können. Sehe ich aber auch noch nichts. Äh, wir haben hier eine Vogelfalle. Die kann man nutzen, haben wir gesehen. Wir haben sehr viele Vögel hier. Und wir können hier noch eine Werkzeugtasche bauen. Äh, Werkzeuggürkel haben wir dann. Werkzeugtasche können wir dann dazu bauen. Ich denke, das werden wir jetzt fast als erstes machen, dass wir gucken, dass wir uns ein paar mehr Werkzeugtaschen bauen. Dass wir zum Beispiel jetzt den Hammer, äh, dass wir den nutzen können und eben dann auch irgendwie, ja, nicht immer wieder, äh, ins Inventar gehen müssen, um neue Waffen oder so oder neue Sachen auszurüsten. Was brauchen wir denn für eine Werkzeugtasche? Auf jeden Fall noch einmal so eine Palme. Am besten. Hier ist nochmal eine junge Palme. Die müssen wir auch noch einsammeln. Ich weiß halt nicht, inwiefern hier Sachen nachwachsen, muss ich natürlich auch sagen. Jetzt haben wir hier mal eine Yucca. Genau, sowas kann man machen. Ich glaube, wenn man die lässt, dann wachsen die auch nach. Hätte ich jetzt mal gesagt, weil ist ja natürlich logisch. Die müssen nachwachsen. Also, dann. Einmal Tauwerk. Da müssen wir wieder irgendwas freischaufeln. Ich denke mal, am einfachsten ist die Kokosnuss jetzt mal hier rauszumachen. Tauwerk wird nehmen wir mal auf. Und jetzt, wie gesagt, was war Plan? Äh, Werkzeugtasche. Zack. Neuer Werkzeuggürtelplatz freigeschaltet. Genau, sowas habe ich gemacht. Werkzeuggürteltasche 2 wäre auch eine Idee. Dauert noch ein bisschen. Also, Werkzeuggürteltasche war hier im Endeffekt. Genau. Und hier können wir jetzt quasi hingehen und können entscheiden, was wir da hinzufügen. Ich hätte fast gesagt, wenn wir jetzt hier oben das haben, dann lass uns doch am besten den Hammer da hinzufügen. Jetzt haben wir nämlich den Hammer auf schnell, den auf schnell und wir haben wieder einen Platz mehr im Rucksack im Endeffekt. Da können wir die Kokosnuss erstmal weglassen. Stein haben wir hier. Fackeln haben wir jetzt mit drin. Jetzt wird es wieder hell. Und jetzt will ich eine Krabbe finden. Äh, nehmen wir das und wir gehen jetzt mal eine Krabbe suchen. Fisch, das ging schnell. Krabbe haben wir gesucht. Benutzt. Von ihrem Panzer zu befreien. Okay. Also wir müssen jetzt quasi die Krabbe müssen wir uns jetzt quasi nehmen. Die hier müssen wir uns jetzt quasi nehmen. Fallen lassen. Und jetzt halten, um zu häuten. Gross. Ah, okay. Also Krabbe haben wir jetzt gehäutet. Wir haben jetzt quasi Krabbenfleisch hier. Wir bringen das Fleisch über dem Feuer an, um es zu grillen. Mal kurz mal gucken, können wir das so machen. Mal kurz mal gucken, können wir das so machen. Ich weiß natürlich auch irgendwie nicht, wann man das aufnehmen muss. Gut, weiß ich jetzt natürlich nicht, ob das jetzt so geklappt hat. Okay. Äh, wir brauchen die Kokosnuss. Wir müssen sie wieder fallen lassen. Chili. Wir müssen auf jeden Fall diesem ausgefeilten Messer jetzt langsam mal einen Platz geben. Ah, ja. Drücke als Hölle, wenn du die gesäupte Kokosnuss hältst, um daraus zu trinken. Okay. Also, Kokos ist neben. Wunderbar. Okay, chillig. Jetzt ist das Tutorial einfach abgeschlossen. Also, wir sind jetzt einfach fertig. Äh, es gibt jetzt scheinbar nichts mehr. Wir sind scheinbar fertig. Wir müssen, ab jetzt müssen wir uns quasi selbst durchschlagen. Also, wir wissen jetzt, wie meine Kokosnuss ist. Danke dafür. Und wir wissen ansonsten eigentlich nichts. Das heißt, wir werden uns jetzt wahrscheinlich zu aller... Ich nehme jetzt an, das ist jetzt meine Startinsel. Ich werde jetzt hier, hier werde ich jetzt überleben. Oder? Also, ich finde irgendwie... Krass. Okay, heftig. Werkzeugtasche 2. Unsere neue Aufgabe. Beziehungsweise, hätte ich fast gesucht, sollten wir uns um Essen kümmern. Ähm. Und zwar mit einer Angelrute. Wir brauchen jetzt drei Holz und dreimal so... Äh... Tauwerk. Können wir nochmal welches bauen? Nein, müssen wir nicht. Da müssen wir... Das so machen. Haben wir jetzt hier eigentlich einen Palmwedel... Gabelblattfedern. Was haben wir denn hier eigentlich? Hier ist nämlich auch nochmal so eine Palme. Äh... Kriegen wir auf jeden Fall Holz raus, hätte ich mal gesagt. Drüben ist noch so eine Krabbe. Hier ist halt so ein großer Baum. Vielleicht machen wir doch lieber erstmal den hier kaputt. Und holen wir uns mal ein paar Stöckchen. Okay, vier Stöcke. Jetzt brauchen wir halt noch so Fasern. Und jetzt gehen wir nochmal da hinten zu diesem Container. Schaut es den auf jeden Fall nochmal an. Alter, also krass. Müsst ihr euch das mal vorstellen. Also wir hatten ein Tutorial. Das war jetzt ungefähr so lang wie... Die... Die... Intro-Sequenz. Okay. Okay, hier ist jetzt ein Container. Da konnte man gerade was mit machen, glaube ich. Eigentlich. Naja, okay, also in dem ganzen Container ist einfach nichts drin. So, Holzkiste muss auf jeden Fall, äh, warte mal kurz mal so, dann werfen wir mal, irgendwas müssen wir abwerfen, die Kokosnuss, nehmen wir nämlich die Holzkiste mal auf und nehmen die mal mit, weil dann können wir die nämlich nutzen zum Einlagern von Gegenständen. Die kommt jetzt einfach genau hier hin. Genau, und dann machen wir jetzt in dieses Lager machen wir quasi Reisig rein, Wellblech rein, Stöcke lassen wir da, Tauwerk können wir rein machen. Ähm, genau, sowas haben wir jetzt, dann müssen wir das hier, können wir nämlich das hier alles mal aufnehmen, also Palmbedel und Gabelblatt fahren und so. Hier haben wir ja auch noch voll viel Essen. Jetzt müssen wir ja eigentlich auch noch alles irgendwie, irgendwann werden, Klebeband geht jetzt hier nicht mehr. Öffnen. Genau, jetzt kommt das einfach alles hier. Oh, okay. Scheinbar geht das jetzt irgendwie nicht mehr? Das ist jetzt voll, also... Das war's jetzt schon an Kisten. Das ist ja nicht so viel. Bratspieß müssen wir halt noch machen. Machen wir doch erstmal den Bratspieß schnell zu Ende. Öffnen. So, das ist doch schon mal besser jetzt. Schau mal ganz kurz, wie's hier eigentlich aussieht. Wasser brauchen wir halt ganz dringend. Ähm. Kokosnuss, guck mal her. Ah, wir können klettern. Wo brauche ich das Messer hin? Ist das jetzt kaputt? Haben wir jetzt kein Messer mehr? Oh Gott, nein. Ich würde jetzt nicht... Ich würde jetzt nicht das Messer auch kaputt gehen lassen, ey. Äh. Ja, chillig. Okay, so kann ich das machen. Gut, trinken gehe ich nochmal. Also, wir brauchen dringend. Also, wir brauchen dringendst was zu trinken. Äh. Alter, Leute, ey. Alter, Leute, ey. Puh. Der ist super kritisch. Ähm. Hier ist nix. Da können wir auch noch nix machen. Was haben wir hier? Werkzeugtasche 2. Brauchen wir auch noch nicht. Vogelfalle. Äh. Äh. Haken, leichter Haken, Containerregal. Können wir halt alles noch nicht machen, ne? Gucken hier. Fundamentgebäude, Fahrzeuge, Anbau, Beet aus Holz. Das wäre auch ne Idee. So, was bietet denn, was bieten denn diese Dinger her? Das Schlackkraut zum Beispiel. Das können wir jetzt alles essen. Lassen wir die nochmal fallen. Genau, jetzt können wir nämlich das Kokosnussfleisch aufnehmen. Und jetzt können wir locker auch noch essen. Macht halt leider auch nicht hoch, ne? Gegengift wird hergestellt aus dem Zeug. Können wir irgendwie einen Eimer bauen oder sowas? Eimer wäre natürlich auch irgendwie praktisch. Wir gehen jetzt erstmal weiter und auf Palmen suchen irgendwie. Vielleicht haben wir hier noch irgendwelche Früchte. Was ist das? Keine Frucht. Da hinten so noch Kokosnüsse. Nicht rennen und schnell machen, sondern eher... Eher looten. Okay, die können wir eigentlich dann aber hier schon mal hinlegen. Und hier nochmal hochklettern. Da konnte man sie gerade schon aufnehmen. Okay, 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 okay. Okay, also wir müssen noch... Die müssen wir noch benutzen. Jawohl. Sehr schön. Essen haben wir jetzt auch, also das ist wichtig. Jetzt noch schnell genug irgendwie hier so Palmenblätter kriegen. Das wäre halt auch relativ wichtig, ne? Das legen wir jetzt alles mal hier schnell hin. Kokosnuss-Drink leer. Müssen wir natürlich auch irgendwie nutzen, ne? Dann werfen wir lieber die Medizin-Gedöns weg. Und schauen, ob wir mal irgendwie... So, also... Tauwerk können wir gerade irgendwie nicht bauen. Warum auch immer. Müssen wir hier wahrscheinlich sowas mal... Geht das kaputt? Glaubt ihr? Gut, geht irgendwie nicht kaputt. Da drüben ist auch so eine Mini-Palme. Was wir vielleicht ganz kurz mal gucken könnten wäre... Auch wenn wir das hier hinlegen. Ne, da geht tatsächlich auch nichts. Dann... Lagerfeuer, Bratspieß, Wasser-Distillationsanlage. Da haben wir jetzt einmal so einen Palmenwedel. Irgendwie können wir was aus diesen Kokosnüssen... Können wir irgendwas machen? Da haben wir jetzt mal so ein Tauwerk. Davon haben wir natürlich halt nichts mehr. Das ist jetzt so ein bisschen das Problem. Wie kommen wir schnell an so ein Tauwerk dran? Da ist noch eine Palme. Ein bisschen Wasser können wir noch mitnehmen. Okay, mal kurz abkühlen. In der Zwischenzeit gucken wir noch einmal ganz schnell in unsere Liste mit rein. Also, Tauwerk und diese kleinen Fahnenblätter haben wir halt ein Problem. Das fehlt uns derzeit ziemlich. Wir haben jetzt einen Hammer, mit dem weiß ich aber auch noch nicht so richtig, was wir machen können. Wir können mal einen Fischspeer herstellen. Ich habe zumindest mal eine Idee, um ein paar Fische zu sammeln. So, was das Essen angeht. Ansonsten, ähm, Angelrute brauchen wir gar nicht erst probieren. Brauchen wir drei von diesem Tauwerk. Stoff brauchen wir halt auch wieder diese kleinen, ähm, diese kleinen Teile. Und tatsächlich einen Webstuhl, sehe ich gerade. Ähm, und diese kleinen Dinger. Das ist so ein bisschen ein Problem. Ähm, was ich derzeit nicht finde, ist nämlich diese kleinen Sachen, die wir brauchen. Containerregal wäre natürlich auch eine Idee. Kann man sich die ganzen Sachen vom Container nutzen. Aber, wie gesagt, wenn wir ertrinken, ist es halt, wenn wir verdursten, ist es halt auch nicht praktisch. 하나? Ja. BPf. BP. 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 Das war's. Puh, Sardinen fangen kann ich. Goldfische kann man scheinbar nicht fangen. Würde ich aber auch ungern essen. Wir können jetzt hier am Bratspieß können wir nämlich locker auch schon die Sardinen aufhängen. Okay, und jetzt? Müssen wir uns wahrscheinlich anmachen. Sardinen haben wir. Das ist schon mal gut. Gut, Sardinen ist auch wieder so ein Essen. Das macht auf jeden Fall gut satt. Wir haben hier noch Kokosnüsse. Das ist auf jeden Fall, denke ich, ziemlich wichtig. Jetzt müssen wir aber tatsächlich mal ganz kurz gucken. Also hier, das ist Wellblech. Ah, Wellblech ist natürlich auch wieder so eine Sache. Da weiß man dann auch wieder nicht. Wenn wir ihn jetzt mal... Weil hier haben wir halt immer nur... Wie ist das denn herstellbar eigentlich? Nee, ist auch nichts. Na ja. Leute, mit diesem Palmenwedel und einem ersten Krebs, Sardinen und ein klein wenig was zu trinken, beenden wir auch wieder diese Folge. Ist immer noch unser zweiter Tag. Jetzt geht gerade die Sonne unter. Wir, ja, beenden die Folge an der Stelle. Wir machen weiter, wenn die Nacht hereinbricht und wir versuchen in der Nacht zu überleben. Leute, macht mir einen Heidenspaß, das Game. Super interessant aufgebaut, weil man wirklich nichts in die Hand gegeben bekommt. Und ich muss echt sagen, also es ist schon irgendwie sehr beeindruckend aufgebaut, wie das alles so hergerichtet ist. Wir sehen uns einfach mal in der nächsten Folge wieder. Lasst doch gerne ein Abo und ein Like da, wenn ihr wollt. Und wenn ihr auch sehen wollt, wie wir hier irgendwann ganz qualvoll sterben. Ich würde sagen, wir beenden das. Macht's gut. Bis dann. Und ciao. 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 Ciao.